Ich bin Mareile und ich möchte einmal finanziell frei werden. Das heißt, nicht mehr arbeiten müssen, sondern von meinen Ersparnissen leben können. Und tatsächlich wohne ich hier nicht in Deutschland, sondern schon seit acht Jahren in Belgien. Und heute möchte ich einmal mit dir vergleichen, wie das denn so ausschaut, Deutschland versus Belgien in Sachen finanzielle Freiheit. Denn solche Dinge wie Steuern oder Krankenversicherung oder Lebenshaltungskosten sind natürlich sehr unterschiedlich in den zwei Ländern und sorgen auch dafür, dass ich in einem Land wahrscheinlich sehr viel früher finanziell frei werden würde als im anderen. Ich mache diesen Vergleich, weil ich in den Kommentaren oft Fragen bekomme, wie das denn in Belgien ist im Vergleich zu Deutschland. Los geht's mit Steuern, denn die Kapitalertragssteuer ist der größte Unterschied zwischen Deutschland und Belgien. In Deutschland beträgt sie 25% plus den Soli, also 26,375% effektiv, den du bezahlst auf die Gewinne, die du an der Börse erwirtschaftest. Und eine Kapitalertragssteuer besteht auch in Belgien, sie beträgt sogar 30%, aber sie wird nur fällig auf Dividenden und Anleihen und Anleihenfonds. Das heißt, die ETFs, so wie ich sie in meinem Depot liegen habe, fallen nicht in diese Kategorie und es wird keine Kapitalertragssteuer fällig. Was bedeutet das konkret? Ich habe zurzeit ein Depot im Wert von 121.000 Euro. Davon sind 80.000 Euro Kapital, das ich so direkt dort reingesteckt habe und 40.000 Euro Gewinne. Und in diesen 40.000 sind sowohl Dividendenausschüttungen als auch Kurssteigerungen mit verwurschtelt, denn es sind thesaurierende ETFs. Und solche thesaurierende ETFs sind eben in Belgien kapitalertragssteuerfrei. Das heißt, ich könnte mein komplettes Depot verkaufen und hätte auch 121.000 Euro auf meinem Konto danach. Als deutsche Steuerbürgerin würde es mir anders ergären. Meine ersten 1.000 Euro wären Kapitalertragssteuerfrei und auf die anderen 40.000 Euro würden eben diese 26,375% fällig werden. Bedeutet konkret, ich müsste 10.550 Euro in Steuern zahlen und hätte danach auf meinem Konto nur noch 110.450 Euro. Wie lange diese Regelung so in Belgien noch bleibt, weiß niemand. Kann natürlich immer sein, dass in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, in denen ich selber auf meine finanzielle Freiheit hinspare, sich diese Sachen verschieben. Aber ich habe es auf jeden Fall mal im Kopf, dass falls solch eine Steuer eingeführt werden würde oder falls ich jemals doch wieder zurück nach Deutschland ziehen sollte, ich einmal alles verkaufe, um eben auf die bestehenden Gewinne, die ich bis jetzt erwirtschaftet habe, keine Steuern zahlen zu müssen. Übrigens gibt es in Belgien eine Steuer, die es in Deutschland nicht gibt und das ist die sogenannte Finanztransaktionssteuer. Das heißt, ein kleiner Betrag wird immer fällig, wenn ich etwas kaufe oder verkaufe. Im Fall von meinen teaserierenden ETFs, die in der EU demitialisiert sind, liegt das bei 0,12%. Würde ich also mein Portfolio, so wie vorhin erzählt, verkaufen, also 121.000 Euro als Verkauf durchführen, müsste ich darauf auch diese Finanztransaktionssteuer bezahlen und das wären 145 Euro, sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf. Nächste Frage, wie schaut es aus in Sachen Lebenshaltungskosten zwischen Belgien und Deutschland? Insgesamt tut sich da nicht so viel. Auf der einen Seite sind Lebensmittel hier in Belgien teurer, so 10 bis 15%. Und ich muss auch sagen, dass ich teilweise selber Dinge aus Deutschland importiere, weil sie halt in Deutschland sehr viel günstiger sind. In Sachen Immobilienpreise und Mieten ist es wiederum Deutschland, das so 10 bis 15% teurer ist, zumindest im Durchschnitt. Aber innerhalb beider Länder gibt es da auch starke Unterschiede. Also ich komme aus Ostfriesland, da sind die Häuser sehr, sehr günstig. Im Verhältnis zu Brüssel hier, wo es viele gut bezahlte Angestellte bei den EU-Institutionen sind, da fühle ich einen persönlichen starken Unterschied zwischen Brüssel und meiner Heimat. Aber wenn ich jetzt die französischsprachige Region von Belgien vergleiche mit Bayern, dann ist Bayern sehr viel teurer als Charleroi oder Liège hier in Belgien. Und noch ein kleiner Punkt zu den Lebenshaltungskosten. Die Mehrwertsteuer ist ja auch 2% höher mit 21 statt 19%. Und in Sachen Einkommenssteuer, da hat Belgien schon lange die 50% geknackt. Hier liegt der Höchststeuersatz auf dein Einkommen bei 53,5%, wo Deutschland höchstens 47,5% einfordert. Jetzt ein Aspekt, von dem ich persönlich schon profitiert habe sozusagen, und zwar beim Thema Arbeitslosengeld. Denn hier in Belgien gibt es keine Vermögensprüfung bei längerer Arbeitslosigkeit. In Deutschland ist es ja so geregelt, dass es das ALG1 gibt. Darauf hast du Anspruch, wenn du eine bestimmte Anzahl Monate sozialversichert warst. Und das ist so um die 12 Monate. Und das bekommst du unabhängig davon, wie viel Vermögen du hast. Das ist ein Recht, das du dir mit deinen Sozialversicherungsbeiträgen aufgebaut hast. Nach diesem Jahr ALG1 gehst du über zu ALG2 bzw. Hartz IV bzw. Bürgergeld. Und hier findet eine Vermögensprüfung statt. In 2024, jetzt gerade, gibt es da auch eine Vermögensgrenze von 40.000 Euro bei Alleinstehenden und 55.000 Euro bei Pärchen. Und alles darüber hinaus musst du vorher aufbrauchen, bevor du eben den Bedarf in Sachen Bürgergeld anmelden darfst zur Sicherung deiner Existenzgrundlage. Und wenn du dann dieses Bürgergeld bekommst, beträgt das in 2024 563 Euro für eine alleinstehende Person plus Miete, Heizung und Warmwasser. In Belgien ist das anders gestaltet. Dort gibt es ein Arbeitslosengeld, das immer weiter absackt. Es fängt an mit 65 Prozent des Nettogehalts. Das waren bei mir irgendwie um die 1.600, 1.700 Euro. Und ist über die letzten Jahre, die ich es tatsächlich inzwischen in Anspruch genommen habe, abgesagt auf 700 Euro pro Monat. Und die 700 Euro pro Monat sind dann auch eine feste Summe. Davon muss ich auch meine Miete und Warmwasser und Heizung mitbezahlen. Das heißt, es ist effektiv weniger als Bürgergeld, aber es fand eben nie eine Vermögensprüfung statt. Es ist immer noch das ALG1, in Anführungszeichen, für das ich mir ein Recht aufgebaut habe, dadurch, dass ich vorher vier Jahre gearbeitet habe. Noch ein spannendes Thema, was aber noch ein bisschen dauert, bis das für mich relevant wird, ist die Frage, wie ist man denn dann kranken- und vielleicht auch sozialversichert, wenn man denn finanziell frei ist und gar keinem Job mehr nachgeht. Denn das, was du danach an Beiträgen für eine mögliche Krankenversicherung Monat für Monat bezahlen musst, musst du ja auch an passiven Einkommen erst mal aufbauen. In Deutschland bist du ja durch deine Erwerbsarbeit gesetzlich versichert, entweder als Beamtin, als Angestellte, und laufen die Beiträge zu einer Krankenversicherung über deinen Gehalt. In dem Moment, wo du keine Einnahmen mehr hast, aber trotzdem ja immer noch eine Krankenversicherung benötigst, ist es so, dass du ja mehr oder weniger eine selbstständige Person bist ohne Einkommen. Das heißt, du kannst dich freiwillig gesetzlich versichern oder dich privat voll versichern. Wenn du dich freiwillig Pflicht versicherst, also in der gesetzlichen Versicherung, dann werden 14,6 Prozent deiner Einnahmen fällig. Beziehungsweise in 2024 gibt es einen Minimalbetrag von 172 Euro pro Monat und einen Höchstbetrag von 844 Euro pro Monat. Davon ausgehend, dass du nicht so viele Einnahmen hast, musst du also wahrscheinlich 172 Euro für deine Krankenversicherung bezahlen. Auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, dich privat zu versichern und da hängt der Satz davon ab, wie du in Sachen Alter und Gesundheit so drauf bist. Das heißt, es findet eine Prüfung statt und je älter du bist, je kränker du bist, desto mehr musst du bezahlen. In Deutschland ist der Durchschnitt in Sachen private Versicherung etwa 579 Euro pro Monat. In Belgien schaut es so aus, dass wenn du keine Einnahmen hast, du kostenlos in die gesetzliche Krankenversicherung kannst. Es gibt also nicht diesen Minimalsatz von 172 Euro, sondern es fängt, wenn du bei null Einnahmen hast, auch wirklich bei null an. Das heißt, du kannst dich kostenlos krankenversichern, wenn du keine Einnahmen hast. Kann ja zum Beispiel sein, dass du sagst, ach, ich verkaufe nur alle drei Jahre einmal einen Schwung ETFs und lebe dann von meinem Kapital. Dann hast du vielleicht für zwei, drei Jahre auch wirklich keine Einnahmen und kannst dich kostenlos versichern. Allerdings muss ich feststellen, dass so in den belgischen finanzielle Freiheitforen die Leute eher die Route wählen, schon doch noch Beiträge zum sozialen System zu leisten. Auch einfach aus Fairness heraus. Und da ist es so, dass sie sich einfach als Selbstständige anmelden, ein Gewerbe anmelden und dann die Minimalbeiträge für selbstständige zahlen zur belgischen Sozialversicherung. Und da ist es so, dass 20,5 Prozent der Einnahmen innerhalb der Selbstständigkeit abgegeben werden müssen an die Sozialversicherungskasse. Und es gibt einen Minimalbetrag. Das heißt, wenn du weniger als 16.800 Euro pro Jahr verdienst, musst du trotzdem 20,5 Prozent von 16.800 Euro an Beiträgen abgehen. Das sind ungefähr 300 Euro pro Monat. Dafür gibt es aber auch ein breiteres Paket. Also es gibt die Krankenversicherung, es gibt einen minimalen Beitrag zur Rente, es gibt einen minimalen Beitrag zur Erwerbsunfähigkeitsversicherung und es gibt auch ein Krankentagegeld von 1.200 Euro pro Monat. Und das ist, was ich aus dem Internet entnehmen konnte, was die meisten Belgier, die finanziell frei sind, machen. Einfach auch, um nochmal mehr Jahre für die Rente zu sammeln. Denn für die Jahre gelten sie natürlich als einfach selbstständig aktive Gewerbetreibende. Und jetzt noch ein Thema, was nicht direkt mit der finanziellen Freiheit zu tun hat und das ist das Thema Elterngeld und Elternzeit. Belgien ist kulturell ein bisschen heftiger drauf als Deutschland vielleicht. Insofern, als dass Kinder auch ab drei Monaten hier in die Grippe gegeben werden und Mütter auch relativ schnell, teilweise wirklich schon drei Monate nach der Geburt, auch wieder Vollzeit arbeiten. So wie in Deutschland gibt es einen ähnlichen Mutterschutz von so 14, 15 Wochen. Und danach gibt es hier in Belgien sogenannten Elternurlaub. Das sind vier Monate pro Elternteil. Und das können sie einfach direkt nehmen nach dem Mutterschutz und sozusagen dann erst sieben Monate nach der Geburt wieder Vollzeit anfangen zu arbeiten. Oder sie können es sich strecken bis hin zum zwölften Lebensjahr des Kindes. Auch in einem Ding, wo sie über 40 Monate zum Beispiel nur 90 Prozent arbeiten. Oder über die Jahre hinweg extra Urlaub nehmen, dann wenn auch Schulferien sind. Aber mit vier Monaten plus vier Monate ist das natürlich weniger, als was es in Deutschland gibt in Bezug auf Elterngeld. Dort gibt es nämlich zwölf beziehungsweise vierzehn Monate, wenn die Partner es sich aufteilen. Also doch ein paar Monate mehr. Tja, ich würde sagen, Länder sind echt ein Gesamtpaket. Und es gibt ein paar Sachen für mich, die hier in Belgien echt vorteilhaft ausschauen. Aber natürlich würde ich persönlich darauf nicht die Entscheidung basieren, in welchem Land ich schlussendlich lebe. Ich freue mich darauf, mit euch in den Kommentaren weiter dieses Thema zu besprechen. Schreib doch gerne in die Kommentare, in welchem Land du gerne leben möchtest. Egal ob Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien oder wo ganz anders.